Super, ja, das ist schön. Daumen wir auf die Bahn 3. Das ist Carolina Palic, die Berlinerin in schwarzem Dress. Die ist in diesem Jahr 59, 89 gelaufen, 59, 75 sind gefordert. Also, die hätte die Chance, sich noch zu qualifizieren für die Europameisterschaften. Ja, auf der Bahn 3, da ist die volle. Jetzt muss ich hier das heißen, Frau Stilgar, umbremst. 57, 58, nein, 59. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50.